Hallo und herzlich willkommen! Heute sind wir in Hamburg und wir machen Fitness- und Fashion-Augabe sogleich mit einem coolen Anna. Anna Maria. Das ist die. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben jetzt die zweite Location erreicht, nämlich die Universität HafenCity in Hamburg. Also erstens ist viel in Bewegung bleiben und Punkt zwei sind natürlich immer die Hände. Auf die Hände muss man schon sehr viel drauf achten, dass sie schon natürlich wirken, aber auch immer gut eingesetzt sind, dass man vielleicht auch mit dem Fahren spielt, gerade mal Zug gemacht oder halt auch, ob man gerade Schuhe zu bindet. Man muss immer irgendwie so ein bisschen Geschichten einfach hineindenken und dementsprechend kommen auch die Posen. Ja, also mein Stil ist immer in Bewegung bleiben. Das ist Nummer eins, auf Hände drauf achten, weil die Hände sind immer sehr schwierig. Man hat ja auch viele Adern, vor allem jetzt, ja wo das heute, wo wir ausnahmsweise 28 Grad haben. Und ich sage immer, Hände so hoch schütteln und dann sind die auch wieder glatt und nicht so, hat man nicht so viele Adern zum Beispiel. Nummer drei, die Augen. Und beim Augen ist es ganz wichtig, dass die halt schön fokussiert sind und auch nicht zu weit weg drehen, sonst hat man ja ganz viel Weiß in den Augen. Das waren jetzt erstmal die drei Tipps. Los geht's! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hallo! Untertitelung des ZDF, 2020